Der Kurs eines Reward Tokens folgt in vielen Fällen einer typischen Kurve und tendiert über die Zeit gegen Null, was vollkommen normal ist. Das muss aber nicht notwendigerweise so sein und bedeutet schon gar nicht, dass man mit einer Yield Farm nur Verlust machen kann. Man darf nicht vergessen, dass man den Reward Token durch das Yield Farming umsonst bekommt. Also wird das Yield Farming über die Zeit nur unattraktiver und dann ist es irgendwann auch Zeit, seine eingelegten Tokens wieder zu entnehmen. Es ist dagegen absolut nicht ratsam, einen Reward Token zu kaufen, anstatt ihn zu farmen. Es sei denn, der Token hat eine starke Utility und überzeugende Tokenomics. Mehr dazu in den vorherigen Videos. Der Kurs eines Reward Tokens durchläuft dabei mehrere Phasen. Die erste Phase ist die Pump Phase, in der der Token nach dem Launch der Plattform für eine kurze Zeit steil ansteigt. Das kann ein paar Tage anhalten, aber auch in wenigen Minuten schon vorbei sein. Das liegt daran, dass der Supply am Anfang sehr begrenzt ist und eine hohe Nachfrage nach dem Token besteht. Viele Farmer wollen schnell in die Pools einsteigen, weil am Anfang die Pools noch leer sind und die Rewards sich dadurch auf die wenigen User verteilen, die schon den Token besitzen. Die grünen Pfeile hier sollen symbolisieren, dass das Kaufinteresse überwiegt. Natürlich gibt es auch Verkaufinteresse, das ist aber kleiner. Grüne Pfeile heißen hier also mehr Kaufinteresse als Verkaufinteresse. Die nächste Phase ist die Dump Phase, die normalerweise etwas länger dauert als die Pump Phase. Die Dump Phase wird dadurch beherrscht, dass das Team und der Inner Circle die Gelegenheit abpassen, wann sie am besten ihre Tokens auf den Markt werfen. Das Team und der Inner Circle haben sich vor dem Launch ein größeres Kontingent an Tokens gesichert, das sie nun mehr oder weniger schnell und koordiniert veräußern. Die vorherrschende Marktkraft ist also nun das Team und der Inner Circle. Nach einer Weile hat das Team entweder alle Tokens gedumpt oder der Tokenpreis ist nicht mehr attraktiv genug, um zu dumpen. Jedenfalls geht der Kurs dann in eine Preisfindungsphase. Das kann durchaus mehrere Monate dauern und ist in der Regel durch eine Abwärtstendenz geprägt. Der Kurs wird immer wieder auch steigen, denn der Nutzen des Tokens, die Utility, sorgt auch für Nachfrage, wobei die Emission des Tokens über das Geertfarming für ein stetiges Angebot sorgt, das die Nachfrage häufig sehr schnell deckt. Die Utility des Tokens besteht häufig auch darin, dass die Plattform einige Pools mit sehr attraktiven Rewards bereitstellt, für die man den Reward-Token selber als Einlage benötigt. Das erhöht die Nachfrage. Das Angebot dagegen wird bestimmt durch Yieldfarmer und das Team des Tokens stetig verkauft, um Gewinne zu realisieren. Was dann später mit dem Kurs passiert, ist eigentlich völlig unklar. Wenn sich die Emission und die Utility des Tokens ungefähr die Waage halten, wird der Preis einen Boden finden und mehr oder weniger stabil bleiben. Dagegen, wenn die Emission sinkt oder sogar ganz aufhört, also der maximale Supply erreicht ist, dann kann der Kurs wieder steigen, vor allem wenn es einen starken Use Case für den Token gibt. Die andere Variante, wenn die Emission immer weiter geht oder kein Use Case vorhanden ist, dann wird der Token irgendwann wertlos. Natürlich kann es auch Hacks, Scams etc. geben, die den Kurs des Tokens ruinieren. Diese hier gezeigte typische Kurve eines Reward-Tokens nennt man auch aus offensichtlichen Gründen eine Loch-Ness-Kurve oder auch eine Brachiosaurus-Kurve. Wer diese Kursentwicklung kennt und den Chart des Reward-Tokens entsprechend lesen kann, hat die Möglichkeit in jeder einzelnen Phase Gewinn zu erwirtschaften, außer natürlich, wenn der Token komplett wertlos wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017